Ich bin unglaublich, unglaublich happy wirklich. Es ist ja unbeschreiblich. Ich habe nicht damit gekriegt. Ich habe gehofft, dass ich um eine Medaille kämpfen kann, aber dass es dann schlussendlich wirklich Gold geworden ist, da bin ich unglaublich stolz jetzt. Das bedeutet mir auf dieser Seite voll viel. Es ist alles so professionell und die Unterstützung und der Rückhalt, was wir da erfahren, das ist was Schönes und das spüre ich. Und wenn ich da auf der Meta bin, das ist was Besonderes und da bin ich stolz, dass ich dann da kämpfen darf. Für uns ist das sowieso immer ganz was Besonderes, ein besonderes Ereignis, weil es ist riesengroß. Das habe ich in Baku schon lernen dürfen, das war das erste Mal für mich. Und dann im Finale die Türkin, das ist ganz klar die Führende von der Weltrangliste, wirklich eine Top-Athletin. Und dass ich diesmal der Kampf für mich entschieden habe, war extrem schön, wo ich mich total gefreut habe. Ja, die European Games waren für uns jetzt der Saisonshöhepunkt, das war der wichtigste Wettkampf für uns. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Schritt hinsichtlich für die Qualifikation für Tokio 2020. Ich glaube die ganzen Medaillen, schlussendlich darf man das noch als Geschenk sehen, wie du denn den Kampf gemacht hast. Manchmal geht es auf und manchmal geht es nicht auf. Und ich freue mich, dass es mir diesmal aufgegangen ist. Ich gebe sie nicht mehr her. Ja, ich freue mich. Manchmal geht es nicht mehr. Ich kann mich dich. Ich bin da. Ich bin da. Vielen Dank.